schon wieder schlägt sich die ganze zeit jetzt bin soweit bin ich gar nicht nicht weil es dann erschlägt sich die ganze zeit auch so noch totems ich weiß nicht wie viel ich habe ich glaube ich mal bitte dass alle raus sollen es bringt nichts wir hätten ihn gleich ja